. 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 Wir sind in der Bundesmusik-Kapelle Neustift und wir bedanken uns Teufels bei den Mirren, dass sie uns nominiert haben. Bei dem wunderschönen Tiroler Wetter haben wir uns gedacht, wir machen heute das Musik-Planschen oder die Cold-Water-Challenge und in diesem Zuge möchte man die Militärmusik Tirol nominieren. Die Musik-Kapelle Schömpfeig im Stubaital und die original Tiroler Kaiserjäger. Dankeschön! Die Musik-Kapelle Schömpfeig im Stubaital und die Musik-Kapelle Schömpfeig im Stubaital und die Musik-Kapelle Schömpfeig im Stubaital.